ist vielleicht nicht dumm die zuerst zu töten bevor ich weitergehen vor dem ich noch angreifen oder sind das gute daneben wartet jemand ich bin ja kein kleiner dummer wirklich nicht dass wir uns hier umsehen was das lichtschwert spiegelt sich also der pc den ich davor hatte war von 2012 mit einer msi twinfrosa 1060 da war sowas ansatzweise nicht möglich zu gucken also allein schon anzugucken geht nicht was sich da getan hat so wird's gemacht alter was ist da hinten los seid ihr des wahnsinns kommen das erstmal die lage checken lass uns das sie zeigen erzähl das labor ist gesperrt das labor ist unzugänglich du bist okay das war nicht die frage ich habe keinen zugang ich habe es ihnen gesagt bitte lassen sie mich bevor ich dich besudel puppe esse ich erst eine nudelsuppe da hinten ist die kiste das könnte dann einfach nur loot sein okay ziehen wir es durch tut gut außer die farben wegen solchen dunklen elementen hat man es heller gemacht muss man lichtern machen die spiegelung schön ah jetzt sind wir wieder hier ok gut gehen wir wieder zurück und dann gucken wir mal was sie da mit uns vorhaben alter spiegelung auf dem glasboden nee das sind gar keine spiegelung das ist einfach nur glas boah das sieht geil aus schön also sorry wenn ich da immer gucken muss aber ich bin ja so ein grafikfreak die techniken stürze für zu system schaden ich habe nie gedacht dass ich mal gegen eine magna wache kämpfen muss wir müssen das ding öffnen harmonie ich habe es gemerkt ich bin auf doppelklinge gewechselt während des kampfes okay mach erstmal auf wer lässt sich solche schlösser einfallen und dann wir können das nicht mehr und dann wir können das nicht mehr und dann wir können das nicht mehr Wow wow wow. Kurz gucken. Nein. Nix zu holen. Huiiii. Ah ja ja. Da unten ist die andere Öffnung. Der Anfang von dem Gebäude. Da brauchen wir noch eine Abkürzung. Geht es wohin? Ach ja. Okay. Und da gibt es irgendwas zu holen. Also muss ich da hin. Wow. Watt. Hast du was Kumpel? Sehen wir es uns an. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Stimmt. Licht an. Konzentration. Okay. Nochmal so ein Ding. Wo es um Zeit geht. Zersplitterte Ausdauer. Besiege die Horde aus Kampftruiden. Okay. Hm. Hast du jetzt genug gelaufen? Wir haben dieser Kampf. Über den Weinen. Hm. 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 Zu gut. 150. Okay. Könnte noch einen Moment dauern. Das macht bestimmt noch viel mehr Spaß, wenn man ordentlich hochgelevelt hat. Ja. Dann kriegst du mal auf einsperrt. Äh. Wir nehmen wieder zwei. Dann machen wir mehr Schaden. Ein guter Sprung. So, die Hälfte haben wir jetzt ein bisschen mehr. Boah, das fühlt sich ja stellenweise selber. So, die Hälfte haben wir jetzt. So, die Hälfte haben wir jetzt. War ja cool. Okay, das hat funktioniert. Oh. Da war ich fast zu weit gesprungen. Ja, das sieht aber echt... Wow. Echt aktiv aus hier. Da hat er schon recht. Was bauen die hier? Und? Und? Komplett. Sektor 5 Delta. Keine Anomalien. Scan läuft. Sektor 5 Epsilon. Keine Anomalien. Scan läuft. Sektor 5 Zeta. Oh. Oh. Können wir mal kurz gucken. Ah, wir haben die Tür aufgemacht. Da ist ein Meditationspunkt. Da können wir mal eben schnell noch Fähigkeitspunkte ausgeben. Gucken was passiert. Ah, der Anfang. Wer hätte es gedacht. Zwei Stück. Siehste. Und plötzlich geht es schneller. Und dann kann ich die? Ach so. So kann ich wechseln. So. Oh. Und ich glaube, ich will da lieber zwei Schwerter. Jo. Drasslitz voll. Jo. Okay. Fähigkeitspunkte. Zwei Schwerter. Hat man gesagt. Wollen wir ein bisschen was machen? Verzögere die Eingabe von X, um mehrere schnelle gezählte Schläge auszuführen. Ah, das klingt doch... Fantastisch. So. Dann gehen wir mal mit Strom klettern, wa? Ah, jetzt. Jetzt will er doch reden. Grüße. Ist er okay? Ist er okay? So weit wie man es erwarten kann. Denn viele Zyklen lang hat sich niemand die Mühe gemacht, mit mir zu sprechen. Faszinierende Daten. Ich kann Ihnen helfen. Unten in dieser Anlage befindet sich etwas Wertvolles. Danke. Mal sehen, was wir finden. Wertvoll ist immer gut. Weil wertvoll. Oh, das gibt eine coole Wunde. Falschpartie nachher, ne? Wenn wir da wieder rauskommen. Da stehen wir durch den Kanal durch. Da ist Glas. Schön. Das ist wie früher auf dem Gameboy das Spider-Man Spiel. Kennt das jemand? Oh. Da muss man am Hochhaus so hoch klettern. Und da haben dann die Gangster, Ganoven, haben da Sachen runtergeschmissen. Da muss man auch immer ausweichen. Rechts, links, rechts, links. Hihihi. Damals. Oh. Ich will kurz beobachten. Okay. Wir sind noch nicht am Ende. Wir kriegen das hin. Ja, locker. 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 Gol. Und, jetzt noch weiter? Genauso Spaß macht. Nein. Dann, dann. Oh. Da bin ich genau drauf gesprungen. Vieste Paddael fix. Yihihi.. ein bisschen zu früh gesprungen alter was haben die vor ich habe ich gerade gedacht dass der boden auch noch weg kraft aber geht da muss ich trotzdem dahin also ich habe ja früher schon gern tom brader gespielt alle teile alle wirklich alle und das war ja dann alles so ähnlich aber in dem star wars universum ist doch wieder noch mal viel cooler wer programmiert klappergestelle darauf so viel zu reden das würde ich auch gern wissen hier ist irgendwas stelle ich keine frage so so richtig ja genau machen wir die abkürzung dass wir da runter jumpen können so grün und vielleicht lernen wir jetzt wenn man grün aufmacht du solltest es nicht hier sein nein nein zu nah so witzig es ist gegen etwas kämpfen zu können rabies werde wohl nicht begeistert wenn du näher kommst also verschwinde jedi ok kann ja mal fragen solltest gut vorbereitet sein was schon da eben habe ich da vielleicht gelesen boni freigeschaltet vielleicht ein neuer boni slot oder so aber ich habe meine befehle also verschwinde von hier diesen böse ne oder neben rumhangeln ja cool auf geht's auch oh 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 das ist eigentlich ein wilder Viecher oh 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 okay holt mich so aber dann muss auch was ich wollte es nach hinten springen da kann ich nach hinten springen das ist ja komisch kommt runter fetten lüt macht es denn zu halten maximale macht erhält kann man auch nehmen wie ist das können wir jetzt noch woanders hin oder täuscht das an ihr damit kommen wir wieder zurück das ist eine etage höher damit kommen wir dann auch auf die andere seite okay gut also glaube ich da wäre doch ein sprung möglich na ja sicher schön gut gemacht hebe druide netter fund bringen wir sie zu sehen kurz gucken okay riegel den weg ab niemand kommt hier durch abwarten kurz gucken muss ich unter kämpfen ja da kann ich jetzt an der wand weiter ok nehmen wir das schwert kümmern uns erst mal um kampfstern galaktiker